Das Geschlechterer von Palland ist ein rheinisches Adelsgeschlecht, dessen Namen von seinem ehemaligen Besitzhaus Palland in Weisweiler herrührt. Die Familie gehörte aufgrund ihrer zahlreichen Besitzungen und des damit verbundenen Reichtums sowie ihrer ausgedehnten Familienbeziehungen zu den einflussreichsten Geschlechtern des Herzogtums Jülich. Die Genealogie weist zum Beispiel jülichsche, kölnische und kläffische Marschelle auf. Das Wappen der Familie ist fünfmal schwarz-golden geteilt. Auf dem Helm mit schwarz-goldenen Decken ist der Wappenschild zwischen einem schwarzen Flug wiederholt. Geschichte Das Geschlecht ist ein zunächst niederrheinisches Adelsgeschlecht und taucht erstmals 1316 in Geldern und Brabant durch den Reichsfreiherren Rüdiger. Palland auf Die Familie gehörte zum Geschlechterer von Brabant. Eine Herleitung des Geschlechts aus einem Diplom von Kaiser Friedrich III. Dass den von Palland eine königlich-polnische Abstammung bescheinigte und die ordentliche Stammreihe mit einem Wilbran Gemenitski begann, stellte sich als eine Fälschung heraus. Tatsächlich ist erst 1323 mit dem Ritter Reinhard von Palland ein erster Namensträger als Lehnsmann, derer von Kuek urkundlich verbirgt. In welcher verwandtschaftlichen Beziehung er zu späteren Mitgliedern der Familie steht, konnte aber bisher nicht geklärt werden. Rüdiger von Palland, ein Urenkel Wilbranz von Palland, der um 961 bezeugt ist, erbte mit seiner Gemahlin Johanna von Brad ebend. Der letzten ihres Geschlechts die Herrschaft Breitenbend im Jülischen und wurde 1316 zum Freiherrn ernannt. Als Stammvater derer von Palland wird heute Arnoldus Pavus angesehen, der von 1312 bis 1318 unter anderem das Amt des Vogtes und des Mayers von Aachen inne hatte. Ab 1327 wird Arnoldus von Breitenbend genannt, was unter anderem beweist, dass der älteste urkundlich nachweisbare Besitz der Familie nicht das Haus Palland, sondern das Gut Breitenbend bei Linnig war. Arnolds Sohn Karsilius ist der erste seiner Familie, der sich von Palland nennt. Durch Kauf, Erbschaft, Heirat und Pfandschaft gelangten zahlreiche Besitzungen an das Geschlecht. Von denen nachfolgend nur einige jülichsche und kölnische Güter und Herrschaften genannt werden. Bettschäm, Frechen, Weißweiler, Engelsdorf, Burg Wildenburg, Roland, Kinsweiler, Nuttberg, Lauerensberg, Gladbach, Haus Palland in Erke, Lenz, Borschemich, Vettelhoven und Wachendorf. Detaillierte Auskunft über den großen Besitz gibt eine Teilungsurkunde der Familie aus dem Jahr 1456. Gegen Ausgang des 15. Jahrhunderts erlangte ein anderer dieses Namens durch seine Gemahlin, Tochter des Wichkommter, Robert von Alpen. Die Herrschaft Alpen und Weid-Rheinberg, die Nachkommen desselben nannten sich Wichkommter, doch diese Linie starb wieder aus. Elbeutus Palland brachte zu Anfang des 16. Jahrhunderts das Erbmarschallamt im Herzogtum Kleve an seine Familie. Hieronymus Palland war 1519 Bischof zu Byzanz und Florentius Palland wurde 1555 Grafzug Hulemborg am Leg in Geldern. Durch seine Tochter Elisabeth kam die Herrschaft Palland nebst anderen Gütern an die Grafen von Waldeck. Der Domherr Reinhard von Palland hat resigniert und ordentlich Ende Januar 1572 geheiratet. Diese Ehe blieb kinderlos. Er hinterließ allerdings uneheliche Nachkommen, denen es zur Preußenzeit gelang, in den Adelsstand aufzusteigen. In Kronenburg wurde 1746 Johann Franz Theodor Edmund Palland geboren. 1770 wurde er Rechtsanwalt und Schuldheiß zu Bleialf. Nach seinem Umzug nach Wildenburg bekleidete er zur Franzosenzeit die Ämter eines Beisitzers am Friedensgericht zu Reiferscheid. Der Steuereinnehmers des Noters und des Bürgermeisters der Meriwahlen. Seine drei Söhne wurden 1829 als Freiherren in die Adelsmatrickel der preußischen Rheinprovinz bestätigt. Adolf Werner von Palland war 1651 Kurbrandenburgischer Staatsminister. Karl Lebert von Palland Domherr zu Osnabrück und Andreas Adolf von Palland, holländischer Generalleutnant, lebten noch 1710. Ein holländischer General der Infanterie, Freiherr von Palland, starb 1738 als Gouverneur zu Dornig. Ein mit dem deutschen Orden nach Liefland gekommener Zweig. Aus welchem 1527 Dietrich von Palland ein Ordensritter und Hans von Palland Kommandant zu Reval waren, ist im Laufe der Zeit ausgestorben. Nach Aussage des neuen preußischen Adelslexikons sind die von Palland im Rheinland ausgestorben. Im Jahre 1639 verstarb kinderlos Flores II, Graf von Kulemburg, Freiherr von Palland und von Wilhelm und 1669 war mit Marsilius IV, der letzte Herr von Palland zu Wildenburg, gestorben. Die Ausgabe des neuen preußischen Adelslexikons. Dass das Geschlecht im Rheinland ausgestorben sei und nur noch eine Linie in den Niederlanden bestehe, ist unrichtig. Die Familie saß noch 1829 zu Bleialf und zu Wildenburg und Franz Anton Freiherr von Palland, Wilhelm Josef Christoph Reinhardt und Marianne Geb. Von Bräuch, Witwe von Wilhelm Ludwig, Freiherr von Palland, wurden laut Eingaben D. D. Wildenburg, 17. Juni 1829, Kronenburg, Rieg. Bezirk Aachen, 17. Juni 1829, Bleialf, Rieg. Bezirk Trier, 27. August 1829 und Aachen, 8. August 1829 in die Freiherrenklasse der Adelsmatrickel der preußischen Rheinprovinz unter Nummer 22, 61, 57 und 56 eingetragen. Eine deutsche Linie der Freiherren von Palland ist heute nicht mehr nachweisbar. Das letzte Mitglied der Linie aus Bleialf war eine Tochter, die bürgerlich heiratete. Zweig von Eischweiler Die Familie von Palland war bis 1509 Besitzerin der Notberger Burg, der Burg Holsheim bei Langerwehe heißt an. Des aufgelassenen Hauses Borngard im Bovenberger Wald, dem Gut Bovenberg zwischen Eischweiler Notberg und Hücheln, dem Dadenbergshof, dem Notberger Hof alias Meuthenshof, dem Haus Palland in Eischweiler-Weißweiler, der Burg Weißweiler und anderen Ritter sitzen in und um Eischweiler. Nach ihr ist die von Palland Straße in Notberg benannt. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts baute Dietrich von Palland die erste Anlage der Burg Kinsweiler. Mehrere Jahrhunderte lang war die 1972 wegen des Braunkohletagebaus abgerissene Burg Lauerensberg im Besitz der Herren von Palland. Nach dem ersten Besitzer Jakob von Bräuch erhielt Gerhard von Palland 1563 die Belehnung von Haus Kambach in Eischweiler-Kinsweiler. Aus der Burgherrschaft der Familie von Palland stammt ferner die zweiseitig umbaute Burganlage in Notberg aus dem 16. Jahrhundert. Als die Burg 1398 mit allem Zubehör für 1500 schwere rheinische Gulden von Gerhard von Engelsdorf an Werner von Palland verpfändet wurde, war sie schon stark sanierungsbedürftig. Dies geht aus den Modalitäten des Pfandvertrages deutlich hervor. 1422 erhielt Johann von Palland die Burg von seinem Vater Werner als Mitgift. Im Gegenzug verpflichtete er sich zur Aussetzung der 10. zu Bützdorf und Metzen und musste sich des Weiteren dazu verpflichten, die Anlage wieder instand zu setzen. Johann von Palland gab aus diesem Grund den Auftrag zu umfangreichen Sanierungs- und Umbauarbeiten. Für seine Pläne zur Neugestaltung der Burg konnte er den herzoglichen Landesbaumeister Alessandro Pasquallini gewinnen. Aus einer nicht mehr zeitgemäßen spätmittelalterlichen, zur Verteidigung gegen moderne Feuerwaffen ungeeigneten Burg wurde ein dem Stand des Besitzers angemessenes schlossähnliches Repräsentationsgebäude, das einen gewissen Komfort bot. Nachdem 1591 mit Johann der Letzte von Palland starb, brachen lang anhaltende Erbstreitigkeiten aus. In deren Folge und durch den Dreißigjährigen Krieg Verfall und Zerstörung der Anlage in Notberg einsetzten, Zweig von Alpen, eine Linie, die durch Heirat in den Besitz der Herrschaft Alpen gekommen war, starb später aus. Auch ein mit dem Deutschen Orden nach Liefland gekommener Zweig, dem Dietrich von Palland, Ritter des Deutschen Ordens und Hans von Palland. Kommandant zur Rewal, angehörten Erlosch im Laufe der Zeit bedeutende Familienmitglieder. Tonis von Palland im 15. Jahrhundert, Herr von Roland, Monschau und Nersen. Elbert von Palland Anfang des 16. Jahrhunderts, Erbmarschall des Herzogtums Kleve. Anna von Palland, deutsche Humanistin und neu lateinische Dichterin. Anna von Palland, mit Bauherrin von Schloss Horst. Hieronymus Palland, 1519 Bischof zu Byzanz. Flores von Palland, 1555 Graf zu Kuhlemborg im Herzogtum Geldern. Adolf Werner von Palland, 1651 Kurbrandenburgischer Staatsminister. Karl Lebert von Palland, Domherz zu Osnabrück. Nina von Palland sowie ihr Ehemann und Gesangspartner Fred-Erik von Palland. Wichtige Besitzungen der Familie Gutbreitenbend Wallinich, Schloss Käppel, La Käppel. Haus Palland, Erke Lenz, Borschemich. Haus Palland, Erschweiler, Weißweiler. Notberger Burg, Erschweiler, Notberg. Burg Nersen, Burg Heuland. Schloss Rosendal, Burg Wildenburg, Hellental, Wildenburg. Schloss Wittem, Kulpen, Wittem. Schloss Wolzfeld. Schloss Wittem, Kulpen, Wittem.